Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf. Die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes Drucksache 19-5955 Die vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Das Gesetz wird von Kollegen Greilich von der FDP eingebracht. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir legen Ihnen heute einen Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes vor, weil wir möchten, dass jedes Kind und jeder Jugendliche unabhängig von sozialer, kultureller oder ethnischer Herkunft und religiösem Hintergrund bestmögliche Bildungschancen hier in Hessen erhält. Dazu ist es notwendig, dass der Unterricht und das Schulleben optimal gestaltet werden. Dafür sind nun einmal direkte Kommunikation und Interaktion zentrale Elemente, die nicht gestört werden dürfen. Aus diesem Grund möchten wir rechtlich Klarheit schaffen und die Vollverschleierung untersagen, weil das Erfassen der Körpersprache, gerade auch der Gesichtsmimik, unerlässlich für einen erfolgreichen Unterricht ist. Deshalb ist unsere Gesetzesinitiative. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen eine sachliche Debatte zu diesem Thema und deshalb gleich zu Anfang eine Klarstellung, insbesondere gegenüber Herrn Minister Lorz. Wir durften in der Zeitung in einer Überschrift lesen, FDP bezichtigt Lorz im Burkastreit der Lüge. Das ist falsch. Das ist schlicht falsch. Das haben wir nie getan. Ich käme auch nicht auf die Idee, dies zu tun. Ich will das nur gleich hier richtig und klarstellen. Denn da wurde eine Auseinandersetzung hochstilisiert, die schlicht etwas mit der Tatsache zu tun hat, dass durch die Formulierung in der Pressemitteilung des Ministeriums der Eindruck entstehen musste, es gebe einen förmlichen Erlass und nicht nur eine Mail des zuständigen Referatsleiter an die Schulamtsjuristen, in der er seine Rechtsauffassung darlegt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zur Vermeidung von Missverständnissen und unnötigen Diskussionen stelle ich deshalb vorab schon unstreitig. Ein Erlass ist eine dienstliche Anweisung innerhalb einer Behördenhierarchie. So gesehen hat diese Mail durchaus auch Erlasscharakter im weiten Sinne des Begriffs. Herr Minister, das stellen wir unstreitig. Ich glaube, über so etwas müssen wir uns nicht streiten. Aber ein förmlicher Erlass, der etwas für den Schulbetrieb regeln soll, sieht in der Praxis des Hessischen Kultusministeriums grundlegend anders aus. Da gibt es ein geregeltes Beteiligungsverfahren. Da wird ein solcher Erlass veröffentlicht, im Amtsblatt des Hessischen Kultusministeriums im Regelfall abgezeichnet und unterzeichnet vom Minister, der Ministerin oder dem Staatssekretär. Ein zweiter Punkt ist eine Bindungswirkung. Die Wirkung als Regelung besteht lediglich im Innenverhältnis der Behörden, aber garantiert nicht nach außen. Der sogenannte Erlass, über den wir hier reden, ist allenfalls das, was man gemeinhin als norminterpretierende Verwaltungsvorschrift bezeichnet. Also eine Auslegungsrichtlinie als Interpretationshilfe für nachgeordnete Behörden zur Sicherung einer einheitlichen Auslegung. Das hat eindeutig keine Außenwirkung. Auch darüber werden wir schnell Einigkeit erzielen, Herr Minister. Die Frage, die aufgeworfen wurde, ist, ob sich die Landesregierung im Jahr 2012 deshalb falsch verhalten habe, weil es diese Mail gab und nichts anderes. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, das sage ich auch sehr deutlich. Das Ministerium hat insgesamt völlig richtig und angemessen gehandelt in der damaligen Situation. Aber aus heutiger Sicht müssen wir zur Kenntnis nehmen, eine verwaltungsinterne Regelung ist nicht ausreichend. Zwei Fragen gibt es in diesem Zusammenhang, die wir uns beantworten müssen. Das Erste ist die Frage, Burka in der Schule wollen wir so etwas dulden oder nicht. Ich glaube, da gibt es mindestens eine sehr breite Einigkeit in diesem Hause. Nein, das wollen wir nicht. Dann kommt die daran anknüpfende Frage, ob es eine Regelungsnotwendigkeit gibt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Erfahrungen aus Gesprächen mit Lehrerinnen und Lehrern, vor allem aber auch deren Reaktionen auf unsere Initiative zeigen deutlich, dass ein solcher Regelungsbedarf besteht. Es wurde im Übrigen, nachdem wir in die Öffentlichkeit gegangen sind, mit unserer Pressemitteilung von mindestens einem Fall berichtet, in dem eine couragierte Schulleiterin, übrigens ohne Kenntnis der Rechtsauffassung des Hessischen Kultusministeriums, einer jungen Frau, die voll verschleiert und mit schwarzen Handschuhen in der Schule erschien, offensichtlich sehr und nachdrücklich genug klarmachte, dass sie so nicht am Unterricht teilnehmen kann. Das ist deshalb gut gegangen, weil die Schulleiterin couragiert war und die Schülerin letztlich klein beigab und sich insbesondere auch nicht rechtlich gegen das Vorgehen der Schulleiterin wehrte. Das belegt, dass wir denen, die draußen in den Schulen den Kopf hinhalten, die Möglichkeit schaffen müssen, juristisch sauber und ohne Angriffsflächen ihren Job zu machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Kollegen in Niedersachsen haben das genau so geregelt. Sie haben jetzt die Regelung zu einem Zeitpunkt getroffen, wo in Niedersachsen kein aktueller Fall bekannt ist. Jahrelang war in Niedersachsen eine einzelne Schülerin im Unterricht, hat den Unterricht mit Gesichtsschleier besucht. Die hat jetzt ihren Abschluss, und der Landtag konnte für die Zukunft eine allgemeine Regelung schaffen, ohne in den Verdacht einer Einzelfallgesetzgebung zu kommen, die sicherlich fragwürdig wäre. Auch das sollten wir uns als Vorbild nehmen. Wenn wir diese Frage richtig beantworten, kommen wir zur zweiten Frage. Wenn wir uns einig sind, dass Burka oder Nikap im Unterricht nicht akzeptiert werden können, dann kommen wir zu der Frage, wie wir das im Interesse der Lehrerinnen und Lehrer, wie wir das im Interesse des Schulfriedens lösen können. Da sind wir bei der Kernfrage. Ist ein solcher Grundrechtseingriff ohne gesetzliche Grundlage möglich? Ich sage sehr deutlich Nein. Auch darüber sollten wir uns hier nicht streiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht hier um eine Grundrechtseinschränkung, die Einschränkung des Grundrechts der Religionsfreiheit. Die Einschränkung eines Grundrechts bedarf einer parlamentarischen Regelung, einer gesetzlichen Regelung und kann nicht durch interne Dienststellenkommunikation durch die Mail eines noch so qualifizierten Juristen in einem Ministerium erfolgen. Ich glaube, wir müssen das nicht noch weiter vertiefen, denn da sollten wir uns einig sein. Was wir brauchen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist eine rechtlich klare Regelung für Lehrer und Schüler. Das ist das Ziel unserer Gesetzesinitiative, die Schaffung einer verfassungsrechtlich gebotenen Regelung der Fragestellung, um für Lehrer und Schüler Rechtssicherheit zu schaffen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der Einschätzung, dass ein Parlamentsgesetz zur Regelung erforderlich ist, stehen wir als FDP-Fraktion in Hessen, auch im politischen Raum, keineswegs alleine. Ich habe es schon erwähnt. Der Niedersächsische Landtag hat einstimmig beschlossen, CDU, SPD, GRÜNE, FDP. Das Gesetz ist in Kraft, und man ist damit zufrieden. In Baden-Württemberg ist eine solche Regelung knapp gescheitert. CDU und FDP waren für eine Regelung. Gescheitert ist es an der Koalitionsräson, weil die GRÜNEN in Baden-Württemberg noch nicht so weit waren, die Erkenntnis zu teilen. Deswegen hat die CDU sich dann nicht positiv geäußert. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Diskussion um eine gegebenenfalls religiös begründete Gesichtsfüllung ist aktuell oft durch Zorn und Eifer, große Ressentiments und weniger durch das nüchterne Wegen von Argumenten. Das finden guter Lösungen geprägt. Die rechtliche Regelung hat entsprechend klarstellenden Charakter. Sie schafft Rechtssicherheit auch für diejenigen, die das Recht im täglichen Leben anwenden müssen. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme zum Ende. Das Schulpersonal kann damit steuernd eingreifen, wenn das Thema Vollverschleierung einmal in Sachsen-Anhalts und Schulen relevant werden sollte. Gerade im Bereich der Schulen scheint es mir auch sinnvoll, eingreifen zu können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Kollege Sebastian Striegl hat das so formuliert, vorgeworfen im Landtag von Sachsen-Anhalt. Sie sollten sich diesem grünen Politiker anschließen. Er hatte jedenfalls an diesem Punkt recht. Vielen Dank, Herr Kollege Greilich. Für die Fraktion DIE LINKE spricht Frau Kollegin Faulhaber. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Greilich ist ja Fasching. Man könnte jetzt sagen, ich bin gegen die Sprengung des schiefen Turms von Pisa. Soll er gesprengt werden? Nein, aber ich bin schon einmal dagegen. Das ist ja irgendwie ein Thema mit dem Burkaverbot, das eigentlich gar nicht existiert, und Sie sind schon einmal dagegen. Dass man aus so einem nicht existierenden Problem eine Gesetzesinitiative zu entwickeln sucht, ist geradezu grotesk. Übrigens ist ein solches Gesetz jetzt unabhängig von der Frage, ob ein hessischer Erlass zum Thema Burka existiert oder nicht. Auch deshalb nicht notwendig, weil entsprechende Verbotsandrohungen auf die Generalklausel im hessischen Schulgesetz gestützt werden können. Dort steht nämlich, dass sich Schülerinnen und Schüler so zu verhalten haben, dass das Bildungs- und Erziehungsziel der Schule erreicht werden kann. Das steht in § 69 Abs. 4 Hessisches Schulgesetz. Darauf verweist in dieser Frage auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages in einem Gutachten. Mir fällt dann nur ein, warum diese Initiative der FDP gerade jetzt im Wahlkampfjahr kommt. Ich möchte den Politologen Hans-Georg Betz anführen. Er beschreibt nämlich Rechtspopulismus. Er sagt, das ist eine opportunistische Strategie, die darauf abzielt, in der Bevölkerung vorhandene Ressentiments aufzugreifen, zu mobilisieren und daraus politisches Kapital zu schlagen. Genau das macht die FDP mit dieser Gesetzesinitiative. Meine Damen und Herren, mit dem Thema Burka greift sie nämlich ein Schlagwort aus der öffentlichen Diskussion auf. Das hatte an den hessischen Schulen so gut wie keine Relevanz. Es mag sein, dass eine junge Dame mit einer Burka aufgetaucht ist. Aber es wurde bisher noch kein Problem bekannt, dass wirklich jemand mit einer Burka an Schulunterricht in Hessen teilgenommen hat. Mit dieser Initiative überraschen Sie schon, weil Sie im vergangenen Jahr noch vehement gegen ein gesetzliches Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum gesprochen haben. Der Kollege Greilich zitiere ich jetzt einmal hier. Das steht auf der Internetseite der FDP Gießen. Zitat. Es gibt in Deutschland kaum Burka-Trägerinnen. Da brauchen wir kein neues Gesetz. Es ist schade, wenn die Freiheit und Offenheit unserer Gesellschaft nicht genutzt wird und man sich mit der Burka im wahrsten Sinne des Wortes komplett verschließt. Aber ein gesetzliches Verbot der Vollverschleierung widerspricht eben dieser Freiheit. Zitat Ende. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf der Abg. Janine Wissler – Anhaltender Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Die Aussage würde ich mich sogar noch anschließen. Frau Kollegin Faulhaber, lassen Sie eine Zwischenfrage. Herr Kollege Greilich, ein Jahr später im Landtagswahljahr scheint nun die Situation für die FDP eine andere zu sein. Meine Damen und Herren, das liegt dann auf der Hand. Da geht es der FDP nicht um die unbehinderte Kommunikation, Kommunikation im Schulalltag oder um sonst irgendetwas. Es ist nicht nur das Bürgerthema, mit dem die FDP versucht, sich islamfeindliche Ressentiments zu bedienen. Sie haben auch Anträge im Flüchtlingsbereich gestellt. Vorhin haben wir das sehen können. Mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gab es Initiativen von Ihnen. Offensichtlich wollen Sie mit diesem Thema im Wahljahr Punkte sammeln. Was soll es werden? AfD leid oder wollen Sie jetzt auch für bürgerliche Kreise wählbar werden, denen die AfD inzwischen zu rechts erscheint? Da muss ich Sie warnen, liebe FDP. Die Umfragewerte der CDU zeigen, dass wer sich aus dem braunen Sprüchkasten der AfD bedient, wird selbst kaum davon profitieren. Keiner wählt eine peinliche Kopie, wenn auch das Original zur Wahl antritt. Diese Strategie, liebe FDP, wird den Rechten nur noch stärker machen. Jetzt fällt Ihnen nichts anderes ein als Frau Wagenknecht. Kehren Sie doch einmal vor Ihrer eigenen Haustür. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Das kann es nicht geben. Dazu müsste die FDP ihre Vorstellungen beerdigen. Der organisierte Liberalismus ist mutig, widersteht den populistischen Verlockungen. Er blinkt nicht in die eine Richtung, nur um ein paar Wähler anzusprechen. Diesem Rat möchte ich mich anschließen. – Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin Faulhaber. – Für die CDU-Fraktion spricht nun Kollege Schwarz. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Wir akzeptieren keine Burkas an hessischen Schulen. Wir akzeptieren keine verschleierten Schülerinnen an hessischen Schulen. Wir stehen auf dem Standpunkt im Klassenraum und im öffentlichen Raum. Schauen wir uns offen in das freie Gesicht, meine Damen und Herren. Die Schule hat einen besonderen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Der Kern dieses Bildungs- und Erziehungsauftrags ist die Vermittlung freiheitlicher und demokratischer Grundsätze. Das Ganze ohne Burka und ohne NiKa. Weil das so ist, brauchen wir an dieser Stelle nicht die FDP. Da haben wir nicht auf die FDP gewartet, um das zu klären. Seit dem Jahr 2012 ist das Ganze auch geregelt. Herr Kollege Greilich, Sie haben sehr viel Bezug darauf genommen. Das ist in einem Rechtserlass aus dem Kultusministerium geregelt. Damals war die Staatsministerin A.D. Bär verantwortlich im Haus. Es ist kein einziger Fall bekannt, das will ich so deutlich sagen, der nicht in der bestehenden Rechtsregelung hätte gelöst werden können. Scheinbar, Herr Kollege Greilich, haben Sie das bis dato genauso gesehen. Denn es ist noch die Hals oder Rehe. Da haben wir das Hessische Schulgesetz beraten. Ausführlichst. Mit Anhörung kam von Ihnen nichts. Da kam von Ihnen gar nichts. Das Hessische Schulgesetz haben wir 2017 verabschiedet. Da war die Vollverschleierung für die FDP kein Thema. Wo waren Sie? Ich unterstelle einmal, Sie haben nicht geschlafen. Aber ich unterstelle einmal, und das wäre entlarvend, Sie brauchen dieses Thema, um eine Kampagne anzustoßen. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD des Abg. Janine Wissler Frau Kollegin Greilich, Sie brauchen dieses Thema, um Proteste auszulösen. Sie brauchen dieses Thema, um ein Problem zu beschreiben, wo bereits Lösungen da sind. Sie setzen auf Protest. Deswegen sage ich in aller Klarheit, wir haben in der Schule klare Regeln, und diese Regeln gelten vor und hinter dem Pult. Das bedeutet für die Schülerinnen, aber auch für die Lehrerinnen. Dieses Burka-Verbot gilt für die Lehrerinnen und Lehrer. Das wissen Sie als Jurist sehr genau. Da gibt es ein Bundesstatusgesetz. Das schlägt natürlich auf die Landesebene durch. Aber für die wenigen Tarifbeschäftigten, die wir im Lande bzw. unter den Lehrern haben, ist das Ganze in einem Tarifvertrag geregelt. Das Burka-Verbot, das Nika-Verbot steht für die Gruppe im Tarifvertrag des Landes Hessen. Da danke ich dem hessischen Innenminister Peter Beuth. Hessen hat eine der strengsten Kleiderordnungen für den öffentlichen Dienst vorzuweisen. Darüber sind wir froh. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Übrigens, wir sind das einzige Bundesland, das eine solche Regelung in dem Tarifvertrag mit eingebaut hat, im Übrigen auch unter Einbindung und voller Unterstützung der Gewerkschaften. Dann machen wir weiter. Es ist mir fast beinlich, dass ich so ein ähnliches Zitat habe, wie die Kollegin Faul habe. Aber es ist ein anderes. Deswegen will ich auf den April 2017 verweisen, die Pressemitteilung der FDP, am 27.04.2017. Da heißt es, Herr Kollege Greilich sagt das, die aktuelle Gesetzeslage reicht absolut aus. Sie sagen sogar, ein weitergehendes Gesetz sei ein Widerspruch zur freiheitlich-gesellschaftlichen Ordnung. Das muss man sich einmal vorstellen. Was ist denn das für eine Position? Ist das das Fähnler mit dem Winde? Die einzige Kontinuität und die eigene Zuverlässigkeit ist die Unzuverlässigkeit. Ich weiß nicht, wohin Sie sich manövrieren wollen. Deswegen noch einmal zu Ihrem Gesetzentwurf. Wir akzeptieren keine Burka an hessischen Schulen. Wir wenden den Rechtserlass aus dem Jahr 2012 konsequent an. Da gibt es keinerlei Spielraum. Wir brauchen auch Ihrerseits keinerlei Nachhilfe. Das will ich auch sehr deutlich sagen. Wir sind kein islamisches Land. Wir wollen auch kein islamisches Land werden. Denn eine Verschleierung und eine offene demokratische Gesellschaft sind ein Widerspruch. Die Verschleierung ist aus meiner Sicht sehr deutlich. Das ist ein deutliches Zeichen für die Unterdrückung von Frauen. Um das klarzustellen, braucht es keinen Gesetzentwurf wie diesen seitens der FDP. Deswegen sage ich abschließend. Eigentlich müssten wir diesen Gesetzentwurf jetzt so ablehnen. Aber ich weiß ungefähr, wie die Spielwiese funktioniert. Wenn wir es täten, werden Sie in naher Zukunft oder per sofort mehr über das Verfahren sprechen als über die Sache. Deswegen gehen wir gerne in den Ausschuss und beraten darüber ausführlich. Wir haben da alle Zeit der Welt. Ich will nur eines klarstellen. Das, was Sie hier vorlegen, ist an Populismus nur schwer zu überbieten. Insofern ist es eine klare Einordnung mit uns. Keine Burka, keine Niqab an hessischen Schulen. Das ist so, bleibt so und wird konsequent umgesetzt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. – Für eine Kurzintervention hat sich Kollege Greilich gemeldet. Herr Kollege Greilich hat zwei Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich melde mich an dieser Stelle nur zu einer Kurzintervention, weil ich eines doch klarstelle. Es ist unangenehm, wenn man falsch zitiert wird, aus dem Zusammenhang gerissen. Wir reden hier über eine Novelle zum Schulgesetz, über die Frage eines Verschleierungsverbots im Unterricht. Wir reden nicht über das, wozu ich mich in der Vergangenheit geäußert habe und wo ich nach wie vor dazu stehe. Wir brauchen kein Vollverschleierungsverbot in unserer Gesellschaft. Das brauchen wir in der Tat nicht. Das wäre wahrscheinlich auch verfassungsrechtlich nicht durchzusetzen. Herr Kollege Schwarz, nicht wir haben solches gefordert. Im Gegenteil, wir haben sehr klar immer erklärt, dass es das nicht mit uns geben wird. Sie sind es, die das fordern. Das Netz vergisst ja nichts. Der Kollege Bauer ist jetzt leider nicht da. Aber er war es ja auch nicht allein. Es ist ja das Eckpunktepapier der CDU-Landtagsfraktion gewesen, in dem es im Jahr 2012 hieß, was so eine wichtige Rolle spielt, hessische CDU fordert Burkaverbot in der Öffentlichkeit. Der Ganzkörperschleier in der Öffentlichkeit, also ganz generell, will die Union gerne verbieten. Wer hier lebt, muss bereit sein, sein Gesicht zu zeigen, sagte der Abgeordnete Alexander Bauer dazu. Da gebe ich ihm sogar recht, aber dazu brauchen wir kein generelles Burkaverbot. Was wir aber brauchen, was unsere Lehrerinnen und Lehrer, was unsere Schulleitungen brauchen, ist eine klare gesetzliche Regelung, um mit entsprechenden Vorgängen umgehen zu können. Das wollen Sie anscheinend verweigern. Ich empfehle dringend, lassen Sie uns in aller Sachlichkeit und Ruhe über dieses Thema diskutieren. Sie können gerne erklären, dass Ihre Kollegen in Sachsen-Anhalt nicht wissen, was Sie tun, dass Ihre Kollegen in Niedersachsen nicht wissen, was Sie tun, dass Ihre Kollegen in Bayern nicht gewusst haben, was Sie tun, dass Ihre Kollegen in Baden-Württemberg nicht ganz sauber sind. Sagen Sie es, aber lassen Sie uns in der Sache diskutieren. Es fehlt der Sache gut. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Sie haben die Möglichkeit der Widerung. Herr Kollege Greilich, Sie haben gerade versucht, etwas zu retten, was nicht mehr zu retten ist, in einer Art der Selbstverteidigung schon bemerkenswert ist. Wir als Land Hessen haben eine glasklare Regelung mit einem Rechtserlass aus dem Jahr 2012. Der gilt, der wirkt, und der wird konsequent angewendet. Genau das ist der wesentliche Unterschied. Andere Bundesländer hatten da noch Regelungsbedarf. Wir hatten keinen. Ich will Ihnen eines sagen. Ich bin tagtäglich an Schulen, tagtäglich in Ballungszentren, in Mittelzentren und im ländlichen Raum. Und ob ich mit Schulleitern spreche, mit Schulaufsichtsbeamten spreche oder mit Kolleginnen und Kollegen. Aber die Problematik ist mir bis dato nicht beschrieben worden. Insofern beschreiben Sie keine Probleme und reden Sie Probleme herbei, nur um für sich ein Thema zu finden. Ich finde das unredlich. Unser Rechtserlass aus dem Jahr 2012 gilt. Den wenden wir konsequent an. Das, was ich gesagt habe, gilt selbstverständlich auch. Im Übrigen die Äußerung aus dem Jahr 2012 des Kollegen Bauern, den ich als Innenexperte sehr schätze, hat vollkommen recht mit dem, was er sagt. Auch im öffentlichen Raum finde ich es prima, wenn man sich offen ins Gesicht schaut. Insofern ist bei dem, was Sie hier versuchen, zu platzieren. Wir diskutieren das gerne im Ausschuss. Da freue ich mich schon drauf. Wir können das auch in zweiter und dritter Lesung alles gerne besprechen. Das macht Ihren Gesetzentwurf keinen Deut besser. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. – Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht nun Kollege Wagner. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte meine Rede mit drei Feststellungen beginnen. Niemand will, dass Schülerinnen und Schüler vollverschleiert in den Unterricht kommen. Lernen besteht ganz wesentlich aus Kommunikation und Interaktion, und dafür muss man einander ins Gesicht und in die Augen schauen können. Zweite Feststellung. Die Teilnahme am Unterricht mit Vollverschleierung wurde in Hessen 2012 unter einer FDP-Kultusministerin, es war Frau Beer, untersagt. Dritte Feststellung. Die FDP zitiert gerne den Philosophen und Staatstheoretiker Montesquieu. Er hat gesagt, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Warum halten Sie sich nicht an diesem Grundsatz, den Sie so oft im Hessischen Landtag zitiert haben? Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Warum halten Sie sich nicht daran, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP? Warum glauben Sie, ein Problem heraufbeschwören zu müssen, das es in der Realität unserer Schulen gar nicht gibt? Warum glauben Sie auf einmal, dass der Erlass Ihrer eigenen Kultusministerin nicht mehr ausreichend ist? Das sind doch die eigentlich spannenden Fragen in dieser Debatte. Wer vorgibt, ein Problem zu lösen, das es in der Realität überhaupt nicht gibt, dem geht es doch nicht um die Sache, meine Damen und Herren. Dem geht es doch nicht um die Sache. Wer so handelt, der will Stimmung machen, der will Ängste schüren und der will Sorgen verstärken. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, ist das genaue Gegenteil von dem, was wir in unserer Gesellschaft brauchen. Wir brauchen keine politischen Kräfte, die Probleme erfinden und Sorgen verstärken. Was wir brauchen, sind Kräfte, die mit Zuversicht und Mut an der Lösung realer Probleme arbeiten. Wir brauchen keine politischen Kräfte, die Ängste schüren. Wir brauchen keine politischen Kräfte, die Stimmung machen und spalten wollen, weil sie sich dadurch einen kurzfristigen parteipolitischen Vorteil versprechen. Was wir brauchen, sind Menschen, Vereine, Institutionen und Parteien, die unsere Gesellschaft zusammenhalten wollen. Das brauchen wir, meine Damen und Herren. Ich finde es ausdrücklich schade, dass die FDP bei all diesen Themen zunehmend auf der falschen Seite steht. Sie verabschieden sich – ich sage ausdrücklich leider – immer mehr von einer bürgerlich-liberalen Partei hin zu einer reinen Protestpartei, die heute den einen und morgen den anderen nach dem Mund redet. Deshalb, meine Damen und Herren, sagt diese Debatte, die Sie heute von der FDP beantragt haben, nichts über reale Probleme an unseren Schulen. Sie sagt aber eine ganze Menge über den Zustand und die Entwicklung der FDP. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. – Für die SPD-Fraktion spricht nun Kollege Degen. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Kollege Wagner sagte es eben. Es gibt in der Tat einige Baustellenprobleme an den Schulen, über die man reden könnte. Das wäre der Lehrermangel, Unterrichtsausfall, fragwürdige Qualifikationen. Aber ein Problem mit Verschleierungen oder Burka, sehe ich in der Tat bisher auch nicht. Auch wenn diese Worte so oft in allen Redebeiträgen gefallen sind, will ich doch noch einmal darauf hinweisen, dass in dem Text, den die FDP anstrebt zu ändern, weder Vollverschleierungen noch Burka vorkommt. In diesem Text geht es darum, dass die Kommunikation, die auch definiert wird als Mimik und Gestik, unabdingbar sei für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags. Jetzt will ich zunächst aber noch einmal auf die Frage kommen, ob das überhaupt ein Problem ist. Da würde ich noch den Minister bitten, auszuführen, ob er dazu Daten hat. Er hat ja zu manchen Dingen keine Daten. Da weiß er oft nicht so viel, wenn es nicht erhoben wird. Aber vielleicht haben Sie hier etwas, was Sie uns nachher mitteilen können, Herr Minister Lorz. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Meine Damen und Herren, ich bin bekanntlich auch kein Jurist. Deswegen will ich um Nachsicht bitten, dass ich zur Frage, ob die E-Mail von 2012 nun ein Erlass ist oder nicht, oder ob das, was da geregelt werden soll, nun in einem Erlass geregelt oder in einem Gesetz gemacht werden kann. Das, denke ich, sollte man in einer Anhörung regeln. Da sollen die Experten das darlegen. Darum sollte es an dieser Stelle noch nicht gehen, meine Damen und Herren. Ich bin kein Jurist, aber ich bin Pädagoge. Aus pädagogischer Sicht will ich erst einmal sagen, natürlich ist die Mimik, die Gestik von Schülern, auch von Lehrkräften, unheimlich wichtig für die Kommunikation im Unterricht. Natürlich will ich wissen, ob, wenn morgens in einer 9. Klasse Marie in den Unterricht kommt, sie wieder am Wochenende Ärger zu Hause hatte, ob der Papa am Wochenende zu Hause gewesen ist oder nicht. Das kann man am Gesicht erkennen. Ich will wissen, ob Kevin die ganze Nacht unter der Bettdecke mit dem iPad Filme geschaut hat und deswegen wieder so müde ist, dass er heute Morgen einschlafen wird. Ich will einfach wissen, ob es bei Manuel wieder so viel Ärger gab, dass der Papa am Ende zugehauen hat und seine Wange entsprechend rot ist. Meine Damen und Herren, auch das sind Dinge, die etwas mit der Frage des Erkennens von Gesicht und Nicht-Gesicht zu tun haben. Übrigens, natürlich hat es auch eine Rolle, dass ich überhaupt als Lehrkraft sehen will, ob meine Schüler alle da sind, ob die Schüler, die vorgeben, da zu sein, auch da sind. All das hat viel mit dem Erkennen von Gesichtern zu tun. Herr Kollege Greilich, aber ob es unerlässlich ist, das zu sehen, weiß ich nicht. Ich habe recherchiert. Es gibt übrigens Lehrkräfte in Hessen, die blind sind. Sie sehen kein Gesicht. Sie erkennen keine Mimik, keine Gestik. Ich weiß nicht, ob die FDP will, dass solche Lehrkräfte künftig nicht mehr im Schuldienst tätig sind. Sicherlich nicht. Aber die Diskussion, die Sie hier führen, bedeutet zu Ende gedacht, konsequent, dass Unterricht nur dann stattfinden kann, wenn Mimik und Gestik zu erkennen sind. Das muss man sich hier noch gründlich durchdenken, meine Damen und Herren. Unterm Strich gibt es viele offene Fragen. Übrigens wird nicht nur die Kommunikation angeführt im FDP-Gesetzentwurf. Es geht genauso um Verhalten. Ich war Förderschullehrer und kann Ihnen manches Verhalten nennen, das Kommunikation massiv erschwert. Das hat auch gar nicht immer etwas mit Krankheit zu tun, was Sie anführen. Auch hier gilt es, vieles zu definieren. Ich glaube, da muss man sich wirklich ernsthaft in einer Anhörung Gedanken darüber machen, was Sie hier fordern, wie man das definieren kann, was daran überhaupt sinnvoll ist. Am Ende komme ich aber – da kann ich vielen Vorrednerinnen und Vorrednern zustimmen – zum Schluss, dass das, was heute hier vorliegt, auch wenn Sie es erst einmal gar nicht hier geschrieben haben, Sie haben es mündlich genannt, Ihnen um ein populistisches Anliegen geht, darum, im Augenblick Stimmen zu sammeln, im Zuge der kommenden Landtagswahl. Das ist in der Tat populistisch, und das ist in der Tat der falsche Zeitpunkt, so etwas vorzubringen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – in der Öffentlichkeit muss man sich wirklich überlegen, ob da nicht wirklich etwas dran ist, ob da wirklich Tausende junge Damen möglicherweise an unseren Schulen sind. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dementsprechend ist das hier in der Tat am Ziel vorbei. Was ist überhaupt mit Kleidung und sonst noch? Was ist denn mit dem Spiderman-Kostüm an Fasching? Fasching muss ja Unterricht sein. Der Minister hat untersagt, dass die Schulen hier freigeben können. Was ist denn damit? Was ist mit einem T-Shirt, das möglicherweise sehr knapp ist? Oder worauf steht, spreche ich mich nicht an? Was ist mit langen Haaren, die im Gesicht hängen? All das schränkt ebenfalls die Kommunikationsfähigkeit, das Erkennen von Mimik ein. All das sind Punkte, die geklärt werden müssen. Ich habe wirklich Zweifel, ob das in einem Gesetz geregelt werden muss, ob da nicht in der Tat die Lehrkräfte zusammen mit den Schulämtern in der Lage sind, hier unbürokratische Lösungen gemeinsam zu finden. Aber dazu freue ich mich auf Berichte aus der Praxis. Sicherlich werden Sie auch Lehrkräfte haben, die anderes zu berichten wissen, die möglicherweise darstellen werden, dass es Handlungsbedarf gibt. Dementsprechend bin ich gespannt auf die Anhörung und will noch sagen, liebe FDP, ich hätte es in diesem Fall sinnvoller gefunden, bei so einem Thema, dass man möglicherweise erst einmal eine Anfrage stellt, sich informiert, wie wirklich die Sachlage auch ist, ob das ein Problem an hessischen Schulen ist und vielleicht, wenn das der Fall ist, die Fraktion zusammengerufen hätte, wie man es auch bei anderen Themen hinbekommen hat, um im Zweifel ganz überparteilich an solch einer Lösung zu arbeiten. In diesem Sinne sind viele Fragen offen zur Rechtslage, zur Grundlage, zur Definition von Begriffen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die Anhörung, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Degen. – Als nächste Rednerin hat Frau Kollegin Öztürk, fraktionslos, zu Wort gemeldet. Sie haben abweichend zu den anderen Fraktionen eine Redezeit von fünf Minuten. Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Ich denke, ich werde diese fünf Minuten nicht ausschöpfen. Aber ich will doch zwei Dinge bemerken. Es ist eine Debatte, in der es um muslimische Menschen geht oder um Frauen geht. Es ist eine Debatte, in der es genau über Islam und Frauen geht. Wir haben jetzt, finde ich, zu wenig Frauen gehabt, die gesprochen haben, und auch zu wenig Menschen aus dem islamischen Kreis, die dazu gesprochen haben. Also fühle ich mich jetzt berufen, auch einmal drei Sätze zu sagen. Vielleicht werde ich es sogar wiederholen. Ich bitte um Nachsicht. Mein Anliegen wäre oder ist, liebe FDP, als Sie in der Regierungsverantwortung waren, haben Sie mit dafür gesorgt, dass der islamische Religionsunterricht eingeführt wird. Sie haben sehr dafür gestritten, dass der Islam endlich auch in den Schulen vermittelt wird, dass junge Menschen, die dieser Religion angehören, in den Schulen von in Deutschland ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern über ihre Religion erfahren und ihre Identität bilden und vor allen Dingen auch in der Schule eine gewisse Anerkennung dieser Religion stattfindet, damit nämlich der Islam auch zum normalen Alltag Deutschlands gehört. Das haben wir als GRÜNE, ich damals als GRÜNE, jetzt ich als Fraktionslose unterstützt und unterstütze nach wie vor. Bei so einem heiklen Thema, es kann natürlich sein, dass wir irgendwann in einer Situation sein werden, dass es in den Schulen junge Frauen geben wird, die sich verschleiern, die eben kein Burka haben werden, weil das ist das, was sie in Afghanistan tragen, sondern die wahrscheinlich ein Niqab tragen werden. So eine Situation kann durchaus irgendwann einmal auf uns zukommen. Aber dann erwarte ich damals, als sie in der Regierung auch waren, so viel Vorausschau, dass wenn man mit den islamischen Religionsverbänden am runden Tisch sitzt und darüber redet, wie denn die Einführung des islamischen Religionsunterrichts aussehen soll, wenn man quasi diese Verbände, die einen großen Einfluss auf ihre Mitglieder der Moscheegemeinden haben, sich auch darüber Gedanken macht, wie man in solchen Situationen umzugehen hat, welche Bekleidungsstücke zum Islam gehören oder nicht. Man hätte durchaus auch damals schon wissenschaftliche Anfragen oder Aufträge einleiten können und hätte jetzt auch eine Basis gehabt. Deswegen finde ich das schon ein bisschen unverantwortlich, wenn Sie aus der Regierungsverantwortungssituation heraus in diese Richtung gar nicht gearbeitet haben. Jetzt auch als Opposition, wir sind im Jahre 2018, das heißt, die Legislaturperiode ist quasi kurz vor dem Ende, wenn Sie jetzt auch in der Opposition keine kleinen Anfragen gestellt haben, keine Daten und Fakten gesammelt haben, keine Fachgespräche gemacht haben und nicht einmal die Verbände, mit denen Sie damals sehr gut zusammengearbeitet haben, im Rahmen einer FDP-Veranstaltung zusammengerufen haben, um einfach einmal herauszufinden, wie die Sachlage ist. Wenn diese Vorarbeit nicht geleistet wurde und Sie jetzt mit diesem Gesetz wirklich versuchen, aus der falschen Ecke Zustimmung zu bekommen, das tut mir sehr leid, dann müssen Sie sich leiser diesen Vorwurf anhören. Ich hätte Ihnen gerne diesen Vorwurf erspart, weil ich glaube, in einer Situation, in der der rechte Rand dieser Gesellschaft immer stärker wird, brauchen wir immer mehr vernünftige Menschen, liberale Menschen, offene, sachorientierte Menschen, die heikle Themen wie auch Vollverschleierung im Islam sensibel diskutieren, nicht den Falschen nach dem Mund reden, nicht den radikalen Islamisten nach dem Mund reden, die immer sagen, nur eine vollverschleierte Frau ist eine gute Muslima, aber auch nicht nach solchen AfD-Leuten den Mund nach dem Mund reden, die bei jeder kleinen Verhöhlung sofort die Islamisierung des Abendlandes sehen. Von daher tut es mir sehr leid. Sie haben leider in dieser Debatte meiner Meinung nach an der Sachlage vorbeidiskutiert. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir keine Schleiertänze machen werden, sondern über die reelle Situation in den Schulen sprechen. Ich möchte nicht, dass die erste Muslima, die mit einer stärkeren Verschleierung in der Klasse sitzt, sofort von allen angefeindet und diskriminiert wird. Ich möchte aber auch nicht, dass sie im Rahmen ihrer Identitätsbildung denkt, nur als Vollverschleierte ist sie eine richtige Muslima, sondern Frauen, die kein Kopftuch tragen, sich dem Islam zugeschrieben fühlen, sind genauso hundertprozentige Muslima. Die Diskussion ist also eine ganz schwierige. Den Mittelweg hätten wir mit ihnen finden können. Aber dieser Gesetzentwurf heute hat Ihnen leider diese Unvernommenheit und Ihre Unparteiigkeit, sage ich jetzt einmal, ein bisschen weggenommen. Ja, tut mir leid. Herr Hahn, Sie hätten auch die Gelegenheit gehabt. – Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Öztürk. – Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Lotz. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das ist schon eine skurrile Debatte, die wir hier führen. Sie ist skurril deswegen, weil, wenn ich die Debattenbeiträge in diesem Hause richtig verfolgt habe, in der Sache eigentlich überhaupt keine Diskrepanz besteht, nämlich in der Frage, ob wir das Tragen einer Vollverschleierung im Unterricht zulassen oder nicht. Zur Durchsetzung komme ich gleich an. Sonst reden wir erst einmal darüber, haben wir das, wollen wir das haben oder nicht. Da darf ich auch einfach nur noch einmal bestätigen. Das sieht man schon, wenn man die Begründung des Gesetzentwurfs und beispielsweise die schon angesprochene Rundmeld des Ministeriums nebeneinander legt. Mit Ihrer Erlaubnis würde ich die gerade holen. Es lohnt sich ja schon. Es ist so viel darüber berichtet worden. Ich glaube, es könnte nichts schaden, wenn man den Wortlaut vorliest. Ich konzentriere mich auf die entscheidenden drei Sätze. Eine Begrenzung der Glaubensfreiheit nach Art. 4 Grundgesetz ist dann zulässig, wenn dem aus Art. 7 Abs. 1 Grundgesetz abgeleiteten staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag durch die Schule nicht mehr nachgekommen werden kann. Dies ist der Fall, wenn bei einer Vollverschleierung einer Schülerin der Blickkontakt mit der Lehrkraft verhindert wird, sodass eine pädagogische Interaktion nicht mehr möglich ist. Daher ist die Teilnahme am Unterricht durch eine Schülerin, deren Gesicht beispielsweise durch das Tragen einer Burka nicht mehr erkennbar ist, nicht zulässig. Dann geht es weiter. Ich bitte die Schulen, soweit im Einzelfall erforderlich, auf diese Rechtslage hinzuweisen. Aber das sind eigentlich die drei entscheidenden Sätze. Deswegen halte ich noch einmal fest, nur auch für das Protokoll. Es gibt keine Schülerinnen in Hessen, die im Unterricht nicht Burka oder Niqab trägt. Es wird auch keine geben. Dafür hat diese Landesregierung in der Vergangenheit gesorgt, und dafür wird sie auch weiter sorgen, meine Damen und Herren. Das ist für mich die erste und wichtigste Botschaft. Eigentlich könnte man die Debatte in der Sache an der Stelle auch beenden. Ich werde jetzt zu früh gefreut. Entschuldigung. Ich habe mir aber überlegt, was ich denn noch Neues beitragen kann. Ich bitte um Entschuldigung, wenn es jetzt ein bisschen juristisch wird. Aber wir haben ja unsere Rollenverteilungen hier. Die FDP hat beantragt, dass das mehr oder weniger ausdrücklich im Schulgesetz verankert werden soll. Dafür gibt es drei mögliche Gründe. Der erste Grund ist, die Sache ist bislang nicht geregelt. Das können wir jetzt ad acta legen. Über die Regelung ist hinreichend diskutiert worden. Ich will aber gerne klarstellen, sie ist nicht primär geregelt durch diese Verfügung des Ministeriums. Dieses Gebot, Blickkontakt zu ermöglichen, ist dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule und unserem konzeptionellen Unterrichtsverständnis immanent. Die Grundlage dafür ist Art. 7 Grundgesetz, Art. 56 Hessische Verfassung, § 2 Hessisches Schulgesetz. Diese Richtlinie, dieser Erlass, wie immer Sie sie nennen wollen, da sind die Terminologien ja auch austauschbar, ist deswegen entstanden, weil natürlich in diesem staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag, wie übrigens auch im Gesetzentwurf der FDP, von Burka und NIKAP explizit nichts drinsteht. Deswegen haben die Schulamtsjuristen 2012 vom Ministerium eine Klarstellung erbeten. Deswegen hat daraufhin der zuständige Leiter unseres Rechtsreferats, auch in Abstimmung mit der Ausspitze, dieses elektronische Rundschreiben abgesetzt, das für die Schulamtsjuristen in ihrer Betreuung der einzelnen Schulen festlegt, dass nach bestehender Rechtslage das Tragen einer Vollverschleierung im Unterricht unzulässig ist. Das ist das, was ich eben vorgelesen habe. Jetzt bin ich ehrlich gesagt dankbar. Ich habe gedacht, an dieser Stelle müsste ich die skurrile Diskussion um ein besonders absurdes Unterkapitel bereichern. Das muss ich nicht mehr dank der Klarstellung des Abg. Greilich. Ich bedanke mich in zweifacher Hinsicht erst einmal für die Klarstellung, was den Begriff Lüge anbetrifft. Ich gebe zu, da ist mir am Samstagabend wirklich die Kaffeetasse aus der Hand gefallen, als ich das in der Zeitung saß. Ich konnte es aber auch nicht glauben, Samstagmorgen. Deswegen bedanke ich mich dafür, dass Sie klargestellt haben, dass das auch nicht Ihre Wortwahl ist. Das hätte mich auch sehr gewundert, hätte mich auch geärgert, aber das ist ja nicht der Fall. Ich bedanke mich dafür, dass wir nicht mehr darum streiten müssen, dass das natürlich ein Erlass ist, was wir da herausgegeben haben. Deswegen muss ich nur noch hinzufügen, ansonsten packe ich mein Vorlesungsskript zum allgemeinen Verwaltungsrecht wieder ein. Aber die eine Bemerkung muss ich natürlich schon noch machen. Das Wesen des Erlasses besteht in seiner Formlosigkeit. Deswegen so etwas wie einen förmlichen Erlass gibt es nicht. Vor allem nicht, das haben Sie völlig richtig festgestellt, wenn wir von einer norminterpretierenden Verwaltungsvorschrift reden, also von einer sogenannten Auslegungsrichtlinie. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass die akademische Lehre auch auf fruchtbaren Boden fällt. Eine solche Auslegungsrichtlinie ist nämlich dadurch gekennzeichnet, dass sich die Regelung bereits im Gesetz befindet und die Verwaltungsvorschrift, also der Erlass lediglich noch einmal allgemeinverständlich klarstellt, für jeden, der es anwenden soll, was denn genau in diesem Gesetz vorgeschrieben ist. Das müsste man aber auch beim Gesetzentwurf der FDP machen. Insofern würde sich an der Notwendigkeit dieses Erlasses eigentlich gar nichts ändern. Deswegen haben wir eine Regelung. Wir haben auch, was den zweiten Grund anbetrifft, die Möglichkeit wäre, dass diese Regelung nicht respektiert wird, dass es Streitfälle gibt. Danach hat der Abg. Degen gefragt. Ich bin aber dankbar, dass Sie jetzt nicht von mir erwarten, dass ich jetzt eine Rubrik in die Lehrer- und Schülerdatenbank einführe, nach dem Motto, bitte die Kleidung der Schüler en detail eintragen. Wir haben es abgefragt. Es gab natürlich den einen Fall vom November 2012, der der Auslöser für den Erlass war. Aber der wurde genauso wie auch alle eventuell sonstigen Fälle dieser Art auf der Basis des Erlasses unproblematisch abgelegt. Deswegen bleibt nur noch der dritte Grund. Die Sache ist zwar geregelt, und es gibt auch keine Streitfälle. Aber für mögliche künftige Fälle ist man sich der Rechtsgrundlage nicht so sicher. Das ist nun in der Tat ein diskussionswürdiger Punkt. Deswegen ist es auch richtig, Herr Abg. Greilich, wenn wir uns darauf konzentrieren. Wir sind uns aber sicher, soweit man sich in der Juristerei überhaupt sicher sein kann. Ich habe schon ein paar Autoritäten anzuführen. Ich stütze mich auf das sogenannte Burkini-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 11.09.2013 und möchte zitieren. Die in Art. 4 Abs. 1 und 2 Grundgesetz geschützte Freiheit, die Lebensführung einer Glaubensüberzeugung auszurichten, kann insoweit eingeschränkt werden, als religiös bedingte Verhaltensweisen die Durchführung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags so weit behindern, dass ihn der Staat nicht mehr oder nur unzureichend wahrnehmen kann. Das ist der Fall. Dazu geht das Zitat an anderer Stelle weiter. Wenn Sie zu einer Art der Unterrichtsgestaltung führen, die Ihrem fachlichen Konzept offene Kommunikation im Unterrichtsgespräch im Gegensatz zu einseitigem monologen Vortrag der Lehrkraft in gravierender Weise zuwiderliefe. Soweit das Bundesverwaltungsgericht. Darauf gestützt hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am 22.04.2014 die Untersagung des Tragen seines NIKAP als Ausfluss des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags ausdrücklich bestätigt. Solange die Obergerichte das einhellig so sehen, sehe ich auch keinen Anlass, an der Tragfähigkeit unserer Rechtslage zu zweifeln. Ich glaube aber, ich habe auch einen Blick auf die Uhr geworfen, alles Weitere, auch die Vertiefung dieser juristischen Fachdiskussion, an der ich, wie Sie sich mir vorstellen können, große Freude habe, können wir getrost der weiteren Debatte im Ausschuss überlassen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister. – Jetzt hat sich noch einmal Herr Kollege Greilich von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Ich bin ganz dankbar für diesen letzten Redebeitrag, weil er immerhin das Ganze wieder dahin zurückgeführt hat, worüber wir eigentlich diskutieren müssen, worum es eigentlich geht, indem wir vorher ein paar recht lautstarke Beiträge gehört haben, die aber in der Sache uns wenig weitergebracht haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns bewusst entschieden, die einstimmig verabschiedete Schulgesetzänderung aus Niedersachsen auch für Hessen vorzuschlagen. Die dortige Diskussion hat gezeigt, dass mit dieser gesetzlichen Regelung Integration nicht erschwert wird, sondern dass vielmehr ein wichtiges Hemmnis abgebaut wird, indem man die Mitwirkungspflicht der Schülerinnen und Schüler festschreibt und dadurch auch die Bildungschancen für alle erhöht und verbessert. Umso mehr bin ich enttäuscht von dem Verlauf der Diskussion, wie das bis jetzt gelaufen ist. Herr Kollege Degen, Sie haben sich sichtlich bemüht, ein bisschen abzurüsten. Aber das, was Sie an Beispielen gebracht haben, sind wir uns wahrscheinlich einig. Sie haben ziemlich weit suchen müssen, bis Sie irgendetwas gefunden haben, was Sie weit herholen konnten. Um dann den Populismusvorwurf zu bringen, die Populismuskeule zu schwingen, das passt nun in der Tat nicht. Die Landtagswahl steht uns bevor. Wollen wir deshalb aufhören, Politik zu machen? Das kann ja wohl nicht das Ansinnen sein. Ich darf einmal daran erinnern, dass in Niedersachsen im letzten Sommer dieses Gesetz verabschiedet wurde von den GRÜNEN, von den Sozialdemokraten, von der CDU und von der FDP unmittelbar vor der Landtagswahl. Wollen Sie behaupten, dass all Ihre Parteifreunde populistische Ziele damit verfolgt haben? Das ist doch Unsinn. Das glauben Sie selbst nicht. Eines habe ich aus dem Beitrag des Kollegen Schwarz gelernt. Da kann vielleicht auch der Herr Minister aus dieser Diskussion etwas mitnehmen. Ein Rechtserlass. Es gibt also nicht nur Erlasse, es gibt auch noch Rechtserlasse. Das beschreibt insofern ein bisschen den Inhalt dessen, was dort in der Tat aufgeschrieben ist. Denn hier hat der Jurist seine Rechtsauffassung zur Rechtslage dargelegt. Ich sage, über diese Rechtsauffassung wird man mindestens streiten können und mindestens auch vor Gericht streiten können. Dann hilft es uns gar nichts, wenn Sie uns sagen, es gibt keine Vollverschleierte im Unterricht, es wird keine geben. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, es gab mindestens eine. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gab. Da brauchen wir Klarheit. Da hat nicht das Ministerium geholfen, da hat nicht der Rechtserlass geholfen, sondern da hat es geholfen, dass eine Schulleiterin mit Zivilcourage in Südhessen gesagt hat, bei mir passiert so etwas nicht, ich regle das, egal ob das Kultusministerium mehr Hilfestellung gibt oder nicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich noch darstellen will, geht in der Tat um die Frage, wie die Rechtslage ist. Sie haben einiges zitiert, aber richtigerweise will ich schon sagen, das würde die Debatte nicht alles sprengen. Aber es gibt wissenschaftliche Ausarbeitungen dazu. Es ist nicht das erste Mal, wir hatten es kürzlich im KPA schon einmal, dass Sie sich plötzlich gegen die Auffassung anderer Staatsrechtler stellen. Das ist in der juristischen Diskussion vielleicht zulässig. Aber ob das hier so richtig und sinnvoll ist, weiß ich nicht. Gerade der Hinweis darauf, dass die allgemeine Regel zum Bildungs- und Erziehungsauftrag ausreicht, darf ich einmal aus dem von der Landesregierung Niedersachsen in Auftrag gegebenen Gutachten Ihres Kollegen Prof. Hina Quismann ausführen, der dazu ausführt, zu der niedersächsischen Formulierung, die so ähnlich war wie die hessische, Man wird davon ausgehen können, dass sich allgemeine Mitwirkungspflichten teilweise aus der Regel ableiten lassen. Doch ist jedenfalls für grundrechtssensible Bereiche die bisherige Regelung problematisch und letztlich unzureichend. Das ist das Problem, über das wir reden sollten, über das wir nicht ernsthaft streiten dürfen. In dem Gutachten wird dann auch sehr genau ausgeführt, welche Kriterien hier eine Rolle spielen. Hina Quismann stellt eindeutig fest, um den Eingriff zu rechtfertigen, den Eingriff in die Religionsfreiheit, der damit verbunden ist, ist eine hinreichende gesetzliche Regelung notwendig und ist dort nicht gegeben. Wenn Sie die obergerichtliche Rechtsprechung zitieren, kann ich Ihnen vielleicht noch den Hinweis geben oder Ihren Mitarbeitern, ziehen Sie sich einmal das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, das Frau Fauler zwar zitiert hat, aber offensichtlich nicht gelesen hat. Dort hat man nämlich sehr sorgfältig ausgewertet, was dort ist. Ich kann diese Zusammenfassung nicht in bessere Worte fassen. Deswegen zitiere ich aus der Seite 4 dieses Gutachtens. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verpflichten Rechtsstaatsprinzip und Demokratiegebot, den Gesetzgeber die für die Grundrechtsverwirklichung wesentlichen Regelungen selbst zu treffen. Der Grundsatz des Parlamentsvorbehalts bedingt die verfassungsrechtliche Notwendigkeit eines Gesetzes. Mein letzter Satz. Insbesondere im Schulwesen verpflichtet das Grundgesetz, den Gesetzgeber die wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen und sie nicht der Verwaltung zu überlassen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Lassen Sie uns das Thema im Ausschuss und in der Anhörung vertiefen. Danke, Herr Kollege Greilich. Herr Staatsminister, Sie haben natürlich das Wort. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Das ist natürlich auch auf die Gefahr hin, jetzt langsam ins verfassungsrechtliche Pro-Seminar abzudriften. Aber da Sie meinen Hintergrund kennen, wird es Sie jetzt wahrscheinlich nicht übermäßig verwundern. Herr Abg. Greilich, die Sie aus dem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags zitiert haben, sind natürlich völlig richtig. Das beschreiben wir den Parlamentsvorbehalt nur sehr allgemein. Entscheidend ist die Frage der Subsumtionen im konkreten Einzelfall. Jetzt wird es Sie wahrscheinlich erstaunen, zu hören, dass ich mit dem Kollegen Wissmann durchaus einer Meinung bin. Ja, aber man muss sich das Gutachten auch sehr genau anschauen. Der Satz, den Sie zitiert haben, ist jedenfalls für grundrechtssensible Bereiche die bisherige Regelung problematisch und letztlich unzureichend, Seite 30 bezieht sich nämlich ausdrücklich auf die niedersächsische Gesetzesregelung. Ja, ja, ja. Aber ich habe auch nicht gesagt, dass er etwas Falsches gesagt hat. Ich füge nur etwas hinzu, was an dieser Stelle entscheidend ist. Wenn Sie nämlich die Einleitung zu diesem Abschnitt auf der Seite 29 des Gutachtens sehen, dann stellt nämlich der Kollege Wissmann dort auch ausdrücklich fest, dass die Lage in Niedersachsen stellt sich hier bisher so dar, dass ein allgemeiner Grundsatz der Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler an der Erfüllung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags anders als in anderen Bundesländern bisher nicht im Schulgesetz verankert ist. Im niedersächsischen Schulgesetz stand nämlich in § 58 nur drin, Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen und die geforderten Leistungsnachweise zu erbringen. Daran setzt die Kritik dieses Gutachtens ein. Das war auch der Auslöser dafür, warum in Niedersachsen das Gesetz geändert wurde, weil man sagte Teilnahme am Unterricht und Erbringung der Leistungsnachweise. Da fehlt der Bezug auf den staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag in seiner Gesamtheit. Dieser Bezug ist in anderen Gesetzen anderer Bundesländer durchaus drin, üblicherweise formuliert als Pflicht zur Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler an der Erfüllung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags. Darauf hat sich beispielsweise auch in Bayern der Bayerische Verwaltungsgerichtshof gestützt, als er das für zulässig erklärt hat. Wir haben im Hessischen Schulgesetz in § 69 Abs. 4 sogar noch eine tendenziell schärfere Formulierung, in der dort ausdrücklich statuiert ist, dass die Schülerinnen und Schüler Weisungen der Lehrkräfte, die der Erfüllung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags dienen, nachzukommen haben. Das ist das, was uns von Niedersachsen unterscheidet. Deswegen sehe ich der weiteren juristischen Diskussion auch an diesem Punkt sehr zuversichtlich und gelassen entgegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Jetzt liegen wirklich keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf in den KPA. aus dem KPA. Das war's. Das war's. Aber das war's. Vielen Dank.